Hallo, ich bin Raffaelsutmajor, wir sind gerade in Süßen, eine süße, kleine Stadt in der Nähe von Stuttgart, ungefähr 35 Kilometer entfernt. Hier haben wir unsere neue Heimat für Obsalon Instruments gefunden. Komm mit! Das 7.000 Quadratmeter große Grundstück ist der Schauplatz eines ganz besonderen Events, das eigentlich mehr einer individuellen Erfahrung gleicht. In der kleinen Werkstatt wird die Obsalon Handpan handgefertigt. Aus der ganzen Welt kommen Besucher, um dabei zu sein. Das ist der Handpan-Wordshop von mir, Raffaelsutmajor und Kate Stone. Einmal im Monat trifft sich eine wundgemischte Gruppe, um den Mythos Handpan zu ergründen. Dabei ist die Saal der begehrten Plätze limitiert. Die Besucher haben die Chance, Kate und Raphael sowie Hund Bella persönlich kennenzulernen. So, der Workshop ist fertig, nach zwei Stunden zu lernen. Jetzt wollen wir wissen, wie war die Erfahrung. So, folgt mich. Und deswegen finde ich Handpan eigentlich sehr faszinierend, weil du hast halt nur wenig Töne, kannst aber sehr viel draus machen. Genau, ich kenne keine Noten, ich habe noch nie ein Instrument gespielt und ja, jetzt sehe ich das anders nach zwei, drei Stunden. Genau, also dieses Instrument ist, glaube ich, perfekt. Ich fand es total interessant, wie schnell sich da was in der Gruppe ergibt und sich das schön anhört und ein Rhythmusgefühl entsteht. Und das fand ich begeistert und innerhalb einer Stunde eigentlich. Nach den zwei Stunden ist noch lange nicht Schluss. Gemeinsam lassen wir den Tag mit einem gemütlichen Lagerfolie ausklingen. Hier haben unsere Gäste die Möglichkeit, einem intimen Mini-Konzert zu lauschen. Musik 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 ... Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020